Der Lebenszyklus der Biene. Das ist eine Bienenwabe. Das ist die Bienenkönigin. Sie ist größer als die anderen Bienen. Sie legt in jede Wabe ein Ei. Bis zu 2000 Eier. Nach vier Tagen schlüpft eine Larve. Die Bienen füttern die Larve. Sie wird immer fetter. Nach zehn Tagen verpuppt sich die Larve. Jetzt dauert es noch elf Tage. Dann schlüpft die kleine Biene aus der Puppe. Dann schlüpft die kleine Biene aus der Puppe.